Funktionsüberwachter Überspannungsschutz für viele Mess-, Steuer- und Regelkreise nicht selten eine Herausforderung in Sachen Installationsaufwand. Das muss nicht sein, lassen Sie sich begeistern von PlugTrip PTIQ, ein intelligentes und einfach zu installierendes System. Ich habe hier Systemkomponenten vor mir, in diesem Fall zum Schutz von 8 analogen Stromschleifen. Das System besteht grundsätzlich aus einem intelligenten Kopfmodul und den eigentlichen Überspannungsschutzmodulen. Lassen Sie uns das System einmal gemeinsam installieren. Als erstes setzen wir in die DIN-Schiene die sogenannten T-Bus-Adapter ein. Die legen den Grundstein für die einfache Querverbindung zwischen den einzelnen Komponenten. Einfach in die Schiene einrasten. Zusammenschieben. Und fertig. Im zweiten Schritt werden die Basiselemente auf die Schiene aufgerastet und mit dem T-Bus sicher und 100% fehlerfrei kontaktiert. Zeitgleich kontaktieren die Basiselemente mit der DIN-Schiene. Auch die Verdratung des Erdpotenzials ist so zeitgleich erledigt. Jetzt noch die Stecker einstecken. Natürlich sicher verrastet und mechanisch kodiert, um Verwechslungen zu vermeiden. Nun schließen wir an das Kopfmodul einmal zentral die 24 Volt Gleichspannung an. Und auf der oberen Ebene den Fernmeldekontakt, den potenzialfreien Wechsler. Hiermit lässt sich der Zustand der Überspannungsschutzgeräte zum Beispiel in einer Leitwarte visualisieren. So, das war es auch schon mit der systemischen Verdrahtung in der Anwendung. Muss jetzt nur noch, wie bei jedem anderen Überspannungsschutz auch, die zu schützenden Signalkreise angeschlossen werden. Schalten wir ein. Und los geht's. Das ganze System steht auf grün. Alles okay. Im System gibt es zwei weitere Statis. Rot auf einem Ableiter bedeutet, Ableiter ist überlastet, Austausch ist erforderlich. Gelb auf einem Ableiter bedeutet, der Ableiter hat seine Leistungsgrenze erreicht, Austausch ist empfohlen, Schutz aber aktuell noch gegeben. Das ermöglicht Ihnen vorausschauendes Handeln. Plagtre PTIQ ist nicht nur eine Komponente, sondern ein intelligentes, komfortables Installations- und Überspannungsschutzsystem. Die Aufgabe kommt aus der Praxis, die Lösung aus dem Hause Phoenix Contact.